Alles, was ich in Minecraft baue, wird real. Teil 1, ich baue jetzt eine Waffe. Lass dein Like für den nächsten Teil da. Ich bin sehr gespannt. Das war der letzte Blog. Ich habe einen Raketenwerfer gebaut. Wie wird der bitte sein? Wie krass wird... Da liegt der. Da liegt der. Da liegt der. Da liegt der Raketenwerfer. Wir haben einen Raketenwerfer. Wir haben einfach einen Raketenwerfer. Okay, wir schießen. Oh mein Gott. Was ist das für ein Raketenwerfer?